Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Skull of Dranks Video. So, also diesmal sind ein paar mehr Leute dabei. Ich habe auch mehrere eingeladen, aber die Hälfte ist leider nicht gekommen. Ja, ich sage ja immer, ich lade euch ein, wenn ihr fragt, ob ihr in ein Video mit rein könnt. So, ich habe diesmal einen ganz neuen Drachen und zwei Titan-Drachen. So, ich fange mal mit dem ersten Titan an und zwar ist das Ren. Ren. Oh shit, ich glaube das Internet ist schon wieder kurz vorm Abfuck hier. Oh man, ich habe das gerade eben 5000 Mal neu gestartet, den Router, bis das ging. Gut, so. Also tut mir leid, wenn das ein bisschen länger lädt, Leute. Also ich weiß nicht, was das gerade ist. Ist noch schlechter als sonst. So, genau. Ren ist Titan geworden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig. Es hat ein bisschen länger gedauert, die 500 Gems zusammen zu bekommen. Weil irgendwie immer das Battle-Truhen-Teil meinte, müsste mir irgendwelche Sättel und Bemalungen geben. Und ja, ich habe jetzt übrigens auch meinen ersten Platin-Stern durch das Battle bekommen, wo ich auch gleichzeitig die restlichen Gems bekommen habe. So, was geht hier jetzt im Chat ab? Ach, ja. Ja. Okay, ähm. Gut, dann kommen wir zum nächsten Titan. So, ähm. Der ist ein bisschen weiter unten. Und zwar ist es Xavier, mein Leuchtener Fluch. Und ja, das war der Titan, den ich vor Ren bekommen habe. Also, ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Tolle Wurst. Ach, School of Scheißen. Nee. Leer gesagt, Internet. Just do it, Internet. Just do it. Los. Ja, kann sein, dass ich das Video gleich abbrechen muss. Aber ich werde dann wahrscheinlich einen Cut machen, bis dieser Flachs hier endlich geladen ist. Okay, Leute, ich mache einen Cut. Wir sehen uns, bis ich wieder im Spiel bin und das kann echt dauern. So, da haben wir Xavier auch als Titan. Und gerade als ich in diesem Ladescreen war, also, da hat sich einiges getan an den Leuten, die hier stehen. So, genau. Ich freue mich sehr, dass ich wieder einen Titan-Leuchten im Fluch habe. Denn das war so einer meiner Favoriten, kann man sagen. Ja, genau. Also, Feuer kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich habe ja extra dazu schon ein Video gemacht. Das ist schon ein bisschen länger her, war auch mit meinem alten Account noch. Und ja, die Flüge sind einfach so das Highlight zusammen mit den, ja, Stacheln am Kopf. Das finde ich einfach richtig schön. So, und dann kommen wir zum letzten Drachen. Das ist ein Drache. Der ist wirklich so legendär. Und ich habe mich mega gefreut, als ich ihn, ja, hatte. So, der ist ganz weit unten. Und zwar ist es Moti Doti Rappi Treppi, Leute. Ja, Moti ist wieder back am Start. Genau, und jetzt lädt es wieder so lange. Da mache ich lieber direkt einen Cut, bis das sich noch... Ach, ne. Okay, gut. Ja, Moti ist genau gleich gefärbt, wie damals auch. Ich überlege aber, ob ich ihm noch die Rennbemalung kaufe, aber keine Ahnung. Jetzt ist er erstmal so. Und Leute, es kann sein, dass es gleich im Hintergrund donnert, denn das geht draußen richtig nice ab schon wieder. Hat den ganzen Tag... Oh, ja, den bekommst du bestimmt noch. Ja, es hat den ganzen Tag schon gewittert bei uns. So, genau. Und eine Sache noch, damit ihr euch nicht wundert, wenn ihr mich mal beim Battle seht. Nämlich ist die liebe Marina jetzt anders gefärbt. Und, lol, hier ist das Bild verglitscht. Sie ist nicht mehr rot. Ja, sie ist jetzt so grünlich, kann man sagen. Es ist nicht so wirklich so ein krasses Grün. Sondern eher so. Wuhu. Ja, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Heilige Scheiße, das regnet richtig krass draußen. So, ja, nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr mich mal seht und euch wundert, hä, habe ich einen neuen Glutkessel? Nein, das ist immer noch Marina. So, und genau. Dann, ähm, ja. Bedanke ich mich fürs Zugucken und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, ihr seid alle glücklich, die im Video jetzt dabei waren. Und, ja, genau, danke nochmal, dass ihr überhaupt mit dabei wart. So, genau. Dann bis zum nächsten Video.